Ich finde, Träume sind das Wichtigste, was wir haben auf Erden. Es haben sich ganz viele Träume in meinem Leben verwirklicht, ohne dass ich darüber mir im Klaren war. Wenn man das dann Träume nennt, ist das mein wichtigster Treibstoff. Man hofft natürlich, dass wir weiter Menschen glücklich machen können und zum Träumen verleiten. Ich bin immer sehr schnell begeistert, vor allem, wenn andere Leute ihre Träume sagen und mir wiederum eine Welt zeigen, an die ich überhaupt nicht denke. Der Fortschritt im Leben besteht darin, dass sich Träume auch ändern. Die Hauptsache ist, man träumt. Dann wollte ich auch die Beste sein, habe ich auch geschafft, ich bin Weltmeisterin geworden. Das nennt man die Magie der Träume. Das nennt man die Magie der Träume.